die Techniker, alles Akademiker. Und man könnte deswegen sogar meinen, dass die Universitäten, weil sie verantwortlich sind für all die großen Umweltschädigungen, die entstanden sind durch die Wissenschaften, möglicherweise gar nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Und man hat beinahe manchmal den Eindruck, dass deswegen sogar inzwischen eine Distanz in der Bevölkerung den Wissenschaftlern gegenüber entsteht und sogar zunimmt, weil sie das Vertrauen in die Lösungsfähigkeiten der Wissenschaftler langsam verlieren. Und das wäre zweifellos verheerend. Das darf nicht passieren. Darum sind diejenigen, die vielleicht auch durch ihr Alter schon ein bisschen weise in ihrer Wissenschaft geworden sind und ein bisschen mehr Überblick bekommen haben, gerade in der Lage, wie der Zuversicht in die Lösungsmöglichkeit der großen Probleme zu verbreiten, die zweifellos durch die Wissenschaften entstanden sind. Und ich denke, das ist eine der bedeutendsten Aufgaben, denen wir uns in der Sokrates-Universität zuwenden müssen.